Herzlich Willkommen zurück bei Sly3. Ja, es geht direkt weiter hier, ähm, genau, wir waren ja irgendwie letztes Mal noch Blubber-Attacke. Hier im, äh, im ersten Kapitel ist aber noch nicht durchgespielt. Hallo Blubberchen, hallo. Blubber-Attacke. Supergut. Da bist du. Hi. Voll lustig. Ja, das ist so gut. Ja, na, wie geht's? Ja, also wir legen auf jeden Fall los hier. Und jetzt mal hier. Spielen wir Bentley, oder? Schildi? Spielen wir direkt Schildi? Weiß gar nicht. Ah ja, stimmt, der ist jetzt im Rollstuhl. Muss man sich immer noch dran gewöhnen, erst ein bisschen, gell? Jetzt, Moment mal, wie war denn das jetzt hier alles? Ah, ja, genau, guck, er hat auch was. Und zwar die Teerkugel, okay. Ja, dann, let's face, oder? Alles gut, bissl müde. Ja, auch so, auch so. Oh, ah, oh, oh, Moment. Und Halsi halt schon wieder ein bisschen verschleimzelt. Das war jetzt ein bisschen dumm vielleicht? Ach, weißt du was? Oh, oh, oh nein. Oh nein, wieso geht eigentlich immer alles erstmal schief, wenn wir das Spiel wieder spielen? Ich verstehe das nicht. Ich will das nicht. Ich, ich möchte das nicht. Hilfe. Ähm, probieren wir es nochmal. Oh, oh, ach komm. Au. Nein, es ist immer so kacke. Schildi. Wir müssen echt jetzt hier los. Au. Oh Gott, die Kamera, ne? Die Kamera, die Kamera. Welche? Welche rüber? Nee, 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 das sieht nicht gut aus. Oh nein. Tschüss, Schildi. Hä? Teerkugel. Wie komm ich denn da schon wieder hin? Hä? Hä? Was ist das? Ach so, die Fallen. Kamelita? Auch noch am rumlaufen? Okay. So, möchte auf jeden Fall heute... Alter, Kapitel 1 durchspielen? Auf jeden Fall. Ja. Außer ich sterbe, das ist auch ganz gut. Nee, also das auf jeden Fall. Und eigentlich auch schon direkt Kapitel 2, wenn das machbar ist. Boah, scheiße, was ist denn das jetzt hier? Ey, das ist ja ganz schön knifflig. Oh, jetzt bin ich ja wieder hier. Ach du Scheiß. Ich geh mal da lang. Da ist es ja. Da ist es ja. Na, also geht doch. War das denn so schwer? Let's go. Oh Gott, nee. Wer sagte, du suchst mich? Du musst uns helfen, ein paar Tierfässer zu zerstören. Das liegt hinter mir. Ich folge einem neuen Pfad. Voller Friedlichkeit. Ach komm, was ist mit unserem Murray passiert? Den Kerl, der es nur mit einem Handtuch bekleidet, mit zehn Schlägern aufnahm. Der zuerst zuschlug, dann Fragen stellte. Echt so. Wo ist der hin? Wo ist mein alter Freund? Tut mir leid, Bentley. Ich wollte dich retten, aber ich war nicht stark genug. Vergiss es, Murray. Ich gebe dir nicht die Schuld und hab es auch nie getan. Mich bedrückt nur, dass ich meinen Freund verloren hab. Hör zu, ich will dir ja helfen. Du bist mein zweitbester Freund. Was? Es ist nur, ich hab versprochen, hier friedlich zu meditieren, bis das schwarze Wasser klar fließt. Und? Was, wenn du uns auf friedliche Weise hilfst? Du brauchst auch niemanden zu schlagen. Bin dabei. Solange es friedlich bleibt, schlag ich kaputt, was du willst. Oh mein Gott. Als Schüler der australischen Traumzeit hast du doch sicher auch die Kugelgestalt erlernt. Klar, in der ersten Woche. Hervorragend. Roll dich zur Kugel und verstopf das Belüftungsrohr. Der Druck müsste dich hochschleudern. Bleib in der Kugelgestalt und zerschmettere die Tierfässer in der ganzen Stadt. Super. Ja, das ist total friedlich. Der Kuhu hätte bestimmt nichts dagegen. Total friedlich alles. Oh Mann, was ist das denn wieder? Echt. Oh, wie sein Kostüm aussieht. Sieht aber auch ganz cool aus, gell? Das Outfit. Ich bin eine Kugel. Ich kann rumrollen. Was ist das wieder? Okay, rein da. Puff. Drücke beim Aufschlag die X-Taste. Was ist das denn? Wait, what? Gute Arbeit, Friedenstifter. Was ist das? Exzente Markierungen, damit du die Tierfässer findest. Super lustig. Super lustig. Obelah. Zerstöre Teatank. Ja, Moment. Was ist das denn jetzt hier? So lustig. Okay, da vorne. Ach so. Hä? Moment, was? Darf ich eins gar nicht nochmal drücken, oder wie? Ach so. Einfach nur X, um nochmal abzubouncen. Aber ins Wasser darf ich trotzdem nicht. Upsi. Äh. Hä? Es ist ja schon wieder kniffliger, als es aussah. Boing. Boing. So ein Schmarrn. Super witzig. Bam. Hä? Hallo? Hallo? Äh. Ähm. Hallo? Ähm. Ja, wie, wie, was? Hallo? Hallo, ich will es kaputt machen. Hallo? Ähm. Hallo? Ja, okay. Die Macht der Stärke. Ja, nun. Die Macht der Stärke irgendwie nicht so ganz gerade. Also, irgendwie... Ja, es passiert nix. Hä? Schau, jetzt ist der Sound ein bisschen lauter. Ich glaube, jetzt besser, gell? Ja, aber hä? Äh, was ist denn das jetzt? Äh, was ist denn das jetzt? Äh, das geht nicht kaputt. Hä? Jetzt ist es zu. Warum ist es denn jetzt zu? Ach ja, weil ich... In die Kanalyse... Alter, das ist doch nicht... Gibt's nur ein Luftloch? Muss ich wieder ganz zurück? Und wieder in das... Alter, nie, oder? Es gibt nur eins davon? Ich muss immer hierher zurück? Das ist ja voll dumm. Oha, das ist ja voll bekloppt. Also, ich muss hier echt diese Höhe behalten auch. Schätze ich. Damit ich das zerstören kann, irgendwie. Na, das sieht doch schon besser aus, oder? Einfach toll, Murray. Die Teerfässer sind ein wichtiger Teil von Octavius Tran. Jetzt auch. Ohne sie wird dein schwarzes Wasser viel schneller wieder rein sein. Hä? Versprochen. Hopp. Das sieht schon viel besser aus, alles. Rasse Hüpfung, Kumpel. Zack. Jetzt ist die Lautstärke perfekt, ja. Hops. Und zack. Hey, 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 hey. Was war das jetzt? Ja, so langsam. Wie eine Ballerina. Wie eine Ballerina? Ja, richtig. Achtung. Achtung. Weiter so. Und die Umweltschützer verleihen dir einen Ort. Da vorne. Wusch. Wenn du da mal draufkommst, denke ich, mein Handy vibriert. Was ist das denn? Vorsicht da unten. Mein Handy vibriert wie eine Ballerina. Okay, das klingt auch ganz falsch. So, jetzt ja. Und bumm. Das war das Letzte. Puh. Wirklich toll gemacht, Murray. Es macht Spaß, dich wieder in Aktion zu sehen. Na ja. Ich hab ja meine Freunde nicht vergessen. Ich spiele nur mit anderen Karten. Aha. Ah, gut. Auftrag beendet oder sowas. Faszinierend. Okay. Das war lustig. Das war mal was anderes. Ach du Scheiße, haben wir wenig Münzen. Ach du Scheiße. Was ist denn das hier alles? Meinten seitlich ausweichen. Kampfausweichmanöver. Das bräuchte ich wieder, oder? Das wäre ganz gut. Ja, kein, kein, kein. Jetzt ist er Sly. Sly, das sind wir dabei. Eieiei, mein Hals, echt. Was hat denn der nur? Rennen und Bomben. Äh. Okay. Seltsame Wort. Konstellationen gemeinsam. Aber hey. Rennen und Bomben. Gut. Also. Hä? Den Gleiter haben wir aber nicht mehr, gell? Oh man, es ist alles so komisch, jetzt keine Fähigkeit mehr zu haben, oder? Das ist echt ein bisschen Banani. Jetzt könnte ich so easy darüber gleiten, aber es geht jetzt halt nicht mehr. Oh nein. Ach, weißt du was? Machen wir es halt so. Was ist das? Äh, ey, ey, ey. Was soll das? Haha. Bums. So nämlich, gell? Rennen und Bomben, jetzt ja. Eine heiße Tasse. Danke schön. Hä? Bentley? Feuerwerksbude des Karnevals zur Basis für unseren nächsten Job gemacht. Wir müssen das Schild und die Werbebalance für Octavius' großes Comeback-Opernkonzert vernichten. Verstehe, aha. Ohne Zuschauer muss er ja seinen Gebäude-Versenken-Plan nicht vorführen. Den ganzen Teer abzusaugen war so anstrengend, da wartet er doch bestimmt, bis er ein Publikum hat. Genau. Ich habe ein bisschen Sprengstoff zusammengemischt, mit dem du die Anker der Balance sprengen kannst. Bedauerlicherweise sieht's mit den Zündern schlecht aus. Warum ist das so asynchron? Oh, what the fuck? Hallo Fabisch. Ey, der war, das war hier, äh, Bösewicht, das, äh, hier, das ist wichtig. Ja, dann renn! So. Boom! Oh, wie geil! Was ist das denn? Hey, das war jetzt aber eine epische Szene, du. Ja, richtig, wer? Ich bin voll der Profi im Chaos sein. So, hallo, Bentley. Dieser Sprengstoff war echt heftig. Und der war Kinderkram im Vergleich mit dieser wilden Bestie. Aber trödle nicht, die Zündschnur ist zwar länger, aber dafür musst du auch weiter wegrennen. Wilde Bestie? Lauf, Sly, lauf! Vorsicht vor der Bestie! Äh, what the fuck? Okay, wir rennen, wir laufen, wir tun und machen. Oh, oh, au! Ja, genau, du Stück Seifen, Opa. Oh Gott, wo muss ich hinrennen? Über die Dächer von Winni! Schnell, schnell! Schnell, bevor sich die Windrichtung ändert. Ja, 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 ja. Oh, oh. Oh, oh, oh. Seifen-Opa, der arme Opa. Vielleicht mag er ja Seifen. Oh Gott. Oh Gott. Sorry, Kumpel. Kannst du da raufklettern und den Ballon befreien? Vielleicht. Ich habe einen neuen Sprengstoff für das Schild zusammen. So ein Pech. Ich hätte den Ballon so gerne brennen sehen. Eine Faszinie? Tada! Oh, ein bisschen Leben, nicht schlecht. Jetzt muss ich irgendwie da hochklettern, na großartig. Hey, das geht mal wieder nicht, das ist super. Hey. Oh, nö. Jetzt hat er wieder sich da unten festgehangen. Hallo, ich will da hoch? Es geht einfach nicht. Keine Ahnung. Von woanders? Da vielleicht? Oh mein Gott, what the fuck? Was denn hingespickt hat? Was war denn das jetzt? Voll aus dem Bild raus. Was war das denn? Boah, das ist wieder so ein Kack. Hey. Oh, es ist wieder so dumm, echt. Oh mein Gott. Oh, es ist wieder wie in Slide 2. Es ist ja furchtbar. Unbeugendlich. Hä? Was? Ach, das spickt mich ab. Oh Gott. Was? Strecke ich dir mal an. Es ist das Spiel, ich kann ja nichts dafür. Die Mechanik ist scheiße. An Slide 2 schon kacke. Ich kann halt Kreis spammen, wie ich lustig bin. Wenn Slicey sich nicht festhangen will, dann will er es nicht. Das ist die dümmste Entscheidung, solche Kletterhaken zu machen. Das hat in Slide 2 einfach schon nicht geklappt. Hier ist es wenigstens nicht auf Zeit. Oh. Das ist so dumm, echt. Ah, da kann man hoch. Das ist auch nicht schlecht. Was ist denn hier? What the fuck? Oh mein Gott, echt. Okay, ja. Ach, endlich. Okay. Na, also geht doch, oder? So. 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 Oh, 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 nee, nein, nein. Oh mein Hals, echt. Das regt mich so auf mit meiner Stimme heute. Oh, nervt mich das. So kann ich nicht streamen. Super anstrengend, so zu reden. Ich glaube, das hört mal Vollgas. So verschleimt alles. So verschleimt alles. Super nervig. Ey, was ist jetzt das für ein Schmarrn? Jetzt bin ich wieder komplett unten, geil. Oh, scheiße. Nah, scheiße. Oh, shit. Wieso fange ich ihn jetzt hier wieder an? Hm, okay. Ich glaube, dann werde ich heute einfach ein bisschen weniger reden. Tut mir sehr leid, aber ja, irgendwie voll nervig. So, jetzt sind wir hier oben. Wirklich eine Tasse Tee? Ja, weiß nicht. Das nervt mich halt so dermaßen. Ich hatte halt vor... Ach, Fick! Ich hatte halt schon vor, eigentlich richtig langes Slide zu streamen. Ja. Jetzt kann ich es nicht, weil die Stimme verreckt. Morgen kann ich nicht streamen, weil ich Sachen machen muss. Das regt mich richtig auf, ehrlich gesagt. Naja. Oh mein Gott. Ein kräftiger Heap mit deinem Start müssen wir den Ballon lösen. Gut, jetzt auch. Fertig. Mann, hey. Es scheint, dass meine Medis nicht mehr anschlagen oder keine Ahnung. Sollen das jetzt mit meinem Hals da? Komm zurück! Was? Tut mir leid, wir schließen dran. Ey, loslassen! Nein! Komm her! Oh nein, Bentley! Oh je, was ist denn da drüben wieder los? Oh Gott. Woher kommt der jetzt her? Hey, wieso bin ich jetzt verwandelt? Hey, wieso bin ich jetzt verwandelt? Ich will das nicht sein. Ich glaube, warum nicht, dass da Tee oder so viel hilft, weißt? Weil es ist halt einfach verschleimt. Es ist halt... Mein Körper, da hilft auch Tee nichts. Das wird nichts, glaube ich. Hilfe! Ah, Sly Cooper. Mein Spitzel hat deine Fotos an die Bullen abgefangen. Netter Versuch. Aber diese Stadt gehört mir. Lass meinen Freund los, sonst schlag ich dir alle Zähne einzeln aus und koch sie dir zum Abendessen. Das ist dein höchste Beschläge-Drohung? Was war das? Äh, wie es leider reinfällt. Will man sich schon in die Hosen gemacht hat. Bisschen gruselig. Glaub mir, Opi. Ich mach keine leeren Drohungen. Oh, ich weiß alles über dich und deine kleine Spinnerbande. Ohne sein Hilf wärst du ein Niemand. Also werde ich es rauskratzen und meine Tomaten damit düngen. Ähm, bleibst du vielleicht mal da? Hö! Was wird denn das, wenn es fertig ist, hä? Einschalten! Lass mich los, altes Scheusal! Klappe und halt still! Okay. Nein, jetzt bin ich runter. Der Kampf beginnt mit einem heftigen Schlagabtausch. Äh, ja, nun. Echt so. Ja, was ist hier wieder los? Schock ein! Puh. Ich schwöre, dafür kriege ich dich. Du kriegst nichts als ein Grab, Junge. Warum fließt du denn von mir, hä? Wenn du keine Angst vor mir hättest. Was ist denn das jetzt? Ich bin doch da. So. Bleib stehen! Was willst du denn mit dem komischen Stromscheiß? Du willst diesen Zwerg? Nimm ihn! Das verzeih ich euch nicht! Ihr seid tot! Hä? Das war's? Bist du okay, Bentley? Hä? Mein Ego ist angeschlagen, aber das heilt. Okay, was war das? Was war das? Was war das?